Hallo und herzlich willkommen zur Christ Study Hour mit einer neuen Folge unserer Spezialserie über das Buch Jesaja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf www.johlenmedia.de. Wir wollen uns mit den Kapiteln 6 bis 10 beschäftigen. Wir gehen ja hier in diese Sonderserie durch das gesamte Buch Jesaja hindurch in dem Bibelgespräch. Am 9. Januar wird lediglich das sechste Kapitel zunächst einmal im Zentrum stehen. Ihr findet sehr viele Informationen dazu, Parallelfersen und auch sehr wichtige tiefgehende Zitate in unserem umfangreichen Sendemanuskript. Aber wie gesagt, wir wollen hier jetzt fünf Kapitel uns anschauen im Überblick, um den großen roten Faden besser zu verstehen. Und bevor wir damit beginnen, möchte ich uns einladen, dass wir gemeinsam zu unserem Vater im Himmel beten, dass er uns mit seinem Heiligen Geist in unserem Studium segnen wird. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, das Buch Jesaja ist so ein wunderbares, faszinierendes Buch und wir möchten dich von ganzem Herzen bitten, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort zu uns sprichst und dass wir ganz persönlich angesprochen werden, durch die kraftvolle Botschaft, die in diesem prophetischen Buch zu finden ist, dass wir Jesus in seiner Schönheit erkennen. Das bitten wir in seinem Namen. Amen. Jesaja Kapitel 6 und dort Vers 1 im Todesjahr des Königs Usir. Das war nach der Datierung von Edward Thiele vom Herbst 740 vor Christus bis zum Herbst 739 vor Christus. Innerhalb dieses Zeitraumes ist Usir gestorben. Es war das 52. Regierungsjahr, in dem er gestorben ist. Jesaja hat, so sagt uns zweite Chronik 26, auch einen Bericht geschrieben über den König Usir, den wir nicht erhalten haben. Und in diesem Jahr hat Jesaja eine bedeutende Vision, die so wichtig ist, dass sie hier sogar datiert wird. Er sagt, im Todesjahr des Königs Usir sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Jesaja war am Tempel gewesen und plötzlich konnte hineinblicken dorthin, wo normalerweise nicht mal ein Priester außer am großen Versöhnungstag hineingehen konnte. Er konnte hineinblicken in das Allerheiligste und er sah Gott selbst auf einem erhabenen Thron. Vers 2. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatten sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten ihre Füße und mit zweien flogen sie und einer rief dem anderen zu und sprach heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herr stand. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Jesaja sieht die feurigen Engel, denn Seraphim heißt wörtlich übersetzt die brennenden Landläufe. Meistens denkt man, dass Seraphim und Cherubim unterschiedliche Engelarten sind, die an ihren unterschiedlichen Flügel, der unterschiedlichen Anzahl der Flügel unterschieden werden kann. Es gibt aber mindestens ein Zitat von Ellen Weid, wo sie auch die Engel hier als Cherubim beschreiben. Und wenn selbst sündlose Engel ihre Angesichter bedecken, wie viel mehr sollten wir dann als schwache, sündige Menschen in Ehrfurcht vor Gott treten? Sie haben einen Wechselgesang, singen heilig, heilig, heilig und das erinnert uns an denselben Gesang in Offenbarung Kapitel 4. Gott allein ist die Quelle aller Heiligkeit. Die Erde erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Das ist Gottes großer Wunsch. Wir schon aufgeschrieben worden waren, 4. Mose 14 und wie später in Habakkuk auch 2, Vers 14 wieder aufgegriffen werden wird und Ellenweid sagt, hier singen die Engel in Jesaja 6 schon von der zukünftigen Erfüllung dieser großen Weissagung, die wir auch mit Offenbarung 18 verbinden. Wenn die ganze Erde erfüllt wird mit der Herrlichkeit des Herrn. Vers 4, da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt, wie bei der Einweihung der Stiftshütte in 2. Mose 40 und bei der Einweihung des Tempels unter Salomo. Die Herrlichkeit Gottes nimmt den ganzen Raum in Anspruch und ähnlich finden wir das auch beim himmlischen Tempel in Offenbarung 15, dann am Ende der Gnadenzeit. Jesaja ist völlig überwältigt. In Vers 5 heißt es, da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrschern gesehen. In Kapitel 5 haben wir letzte Woche gesehen, wie Jesaja mit prophetischer Stimme gesagt hat, wehe denen, die Böses Gute und Gutes Böse nennen, wehe denen, die Hellen sind, dem Wein trinken, wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und so weiter und so fort. Aber jetzt sagt er, als er Gott selbst sieht in seiner Herrlichkeit, sagt er, wehe mir. Es ist eine Sache, wenn wir, selbst wenn wir Recht haben und die Wahrheit verkündigen, die Sünden anderer sehen und beim Namen nennen, eine andere Sache ist es, wenn wir in die unmittelbare Gegenwart der Herrlichkeit Gottes gelangen und feststellen, dass wir genauso unrein und sündig sind, wie alle um uns herum. Er, der Herr ist der wahre König. Er sagt, ihr habt den König gesehen, den Herrn, der Herrschern. Und dann heißt es in Vers 6, da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Glühende Kohlen vom Altar wurden am großen Versöhnungstag gebraucht. Und hier warte der Prophet Jesaja seinen ganz persönlichen großen Versöhnungstag. Er konnte in der Vision hineinschauen in das Allerheiligste und damit ist er ein Typus auf uns, die wir am antitypischen großen Versöhnungstag seit 1844 leben, die wir im Glauben hineinschauen können in das, was dort im himmlischen Heiligtum passiert, die wir auch gereinigt werden sollen. Es heißt in Vers 7, der berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, das hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Auch ein Prediger, auch ein Prophet braucht Vergebung. Jesaja hatte diese Einladung, dass alle Sünde vergeben werden kann, schon in Jesaja 1, Vers 18 weitergegeben. Jetzt erlebt er selbst, was er gepredigt hat. Sündenvergebung ist ein ganz wesentlicher Teil dieses persönlichen großen Versöhnungstages. Denn in den ersten Kapiteln hatten wir gesehen, wie die Botschaft des Gerichtes mit der Botschaft der Erlösung miteinander verknüpft ist. Jetzt in Kapitel 6 sieht Jesaja, was das ganz praktisch für ihn und für jeden von uns bedeutet. Wir haben sehr viele Ellen White-Zitate, gerade zu diesen ersten Versen. Ihr könnt euch dann in Ruhe sie alle durchlesen. Und dann heißt es weiter. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Wenn wir eine Begegnung mit Gott gehabt haben, wenn wir in eigener Erfahrung erlebt haben, dass er meine Sünde vergibt und reinigt, dann sind wir bereit für die Berufung Gottes, für die große und wichtige Mission, die er für uns hat. Dieser Vers hat neben Matthäus 4, Vers 19 eine ganz große Rolle gespielt in meinem Leben, als Gott mich gerufen hat, Missionar und Evangelist für ihn zu sein. Gott vergibt uns nicht nur die Sünden, nein, er möchte, dass wir seine Botschafter werden und seine Botschaft in die Welt hinaustragen. Er fragt hier, wer will für uns gehen, denn er möchte, dass wir freiwillig seine Botschaft in alle Welt verkünden. Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Aber sein Auftrag wird nicht leicht sein. Vers 19 sagt, und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, hört immer fort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Es ist ja vielleicht schon eine Überwindung für uns, wenn wir Missionen machen wollen, aber wie viel schwieriger ist es, eine Botschaft weiterzugeben, wo man im Vorhinein weiß, dass sie von den Allermeisten nicht angenommen werden wird. Jesus hatte solch eine Mission. Als er auf der Erde war, hat er genau diesen Vers zitiert, um deutlich zu machen, dass die Menschen ihm nicht wirklich zuhören, dass ihre Herzen verstockt sind. Paulus hat später das angewandt auch in seinen Missionsreisen in Rom zum Beispiel, Apostelgeschichte 28, wo er diesen Vers anwendet auf die Ablehnung der Juden dort in Rom. Diese Herzensverhärtung ist etwas, was wir schon aus der Geschichte vom Pharao in Ägypten kennen. Gott sendet seine Botschaft, aber er weiß bereits im Vorhinein, wer sie annehmen und wer sie ablehnen wird. Und Jesaja erhält hier die Botschaft, dass Gottes Warnung an den allermeisten Menschen in seiner Zeit abprallen wird. Und Jesaja fragt ziemlich verzweifelt, Vers 11, und ich fragte, wie lange her? Er antwortete, bis die Städte verwüstet liegen, sodass niemand mehr daran wohnt und die Häuser menschenleer sein werden und das Land in eine Einöde verwandelt wird. Das ist genau das, was ja schon in Jesaja 3, Vers 26 angekündigt worden war. Vers 12, denn der Herr wird die Menschen weit weg führen und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Das Gericht wird über Judah und Jerusalem hineinbrechen. Und hier finden wir eine Ankündigung des Exils, das sich dann sehr viel später zur Zeit von Jeremia und von Daniel und Hesekiel völlig erfüllt hat. Vers 13, und bleibt noch ein Zehntel darin, so fällt auch dieses wiederum der Vertilgung anheim. Aber wie die Terebinte und die Eiche beim Fällen doch noch ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Wenn also ein kleiner Überrest bleibt und Jesaja hat ja schon von dem Überrest gesprochen, dann wird auch der wieder vertilgt. Es bleibt nur ein ganz, 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 ganz kleiner, übriger Wurzelstock, der als heiliger Same die Hoffnung bildet. Es wird übrige geben, die Gottes Gnade annehmen. Jesaja 7, Vers 1, und es geschah zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jothams, des Sohnes Usias, des Königs von Judah. Da zog Rezin, der König von Aram, mit Pekach, dem Sohn Remalias, dem König von Israel hinauf zum Krieg gegen Jerusalem. Er konnte es aber nicht erobern. Im ganzen Buch Jesaja gibt es vor allem zwei Geschichten, die sich jeweils um eine Belagerung von Jerusalem drehen. Einmal hier in Jesaja 7 und 8 und dann später in den 30ern Kapitel. Da werden wir dann in einigen Wochen zu kommen. Diese Person, die hier erwähnt werden, kennen wir auch aus assyrischen Tributlisten und Inschriften. Ahas regierte seit 735 als Korrigent mit seinem Vater noch drei Jahre lang, während im Königreich des Nordens, in Pekach, also im Königreich Israel im Nordreich, Pekach regierte, der eine Zeit lang mit einem anderen König rivalisierte und jetzt das Nordreich wieder vereint hatte. Pekach hatte sich mit Rezin von Aram Damaskus verbündet. Das Nordreich also mit den Aramäern, auch der Rezin ist uns aus assyrischen Inschriften bekannt. Und es muss also um das Jahr 735 oder kurz danach gewesen sein, 734. Dieser Krieg wird sehr ausführlich beschrieben in 2. Chronik 28. Dort lernen wir, dass allein die Israeliten, also die Nordreicharmee, 120.000 Judäer getötet hatte und 200.000 Menschen nach Samaria verschleppt hatte. Der Prophet Odet hatte dort dann dafür gesorgt, dass sie wieder freigelassen worden waren. Es war ein echtes Strafgericht, weil der König Ahas so unfassbar böse war. Und diese Allianz vom Nordreich Israel, das ja auch sehr böse war, und den Aramäern unter Rezin wollte jetzt auch Jerusalem einnehmen, aber es gelang nicht. Vers 2. Als um den Haus Davids berichtet wurde, der Aramäer hat sich in Ephraim niedergelassen. Da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Ephraim ist ein anderes Begriff für das Nordreich, für Israel. Das ganze Volk hat Angst vor dieser Allianz, dieser Koalition aus dem Nordreich und den Aramäern, aber Gott hat eine Botschaft an die Menschen im Südreich und er sendet seinen Propheten. Der Herr aber sprach zu Jesaja, geh doch hinaus dem Ahas entgegen, du und dein Sohn Schear Jashub. Dieser Name hat eine besondere Bedeutung, denn Schear Jashub heißt, ein Überrest wird umkehren. An das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches zur Straße des Walkerfeldes, wenn ihr etwas Interessantes tun wollt, merkt euch diese Ortsbezeichnung. Sie kommt in knapp 30 Kapiteln im Buch Jesaja, in der zweiten Geschichte der Belagerung Jerusalem wieder vor. Und sprich zu ihm, hüte dich und sei ruhig. Fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln, vor der Zornglut Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remalias. Jesaja sagt nicht, das ist die Strafe Gottes, du musst fürchten. Er sagt, nein, nein, also der Rezin und der Pekach, die Aramäer und das Nordreich, das sind nur ein paar Feuerbrandstummeln. Mach dir keine Gedanken wegen ihnen. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Vers 5, weil der Aramäer Böses gegen dich geplant hat, samt Ephraim, also dem Nordreich und dem Sohn Remalias, also Pekach, die sagen, wir wollen nach Jude hinaufziehen und es in Schrecken versetzen und es für uns erobern und dort den Sohn Tabeels zum König einsetzen. Wir kennen den Tabeel nicht ganz genau, aber der Name kommt oft vor. Bei Stammesfürsten aus der arabischen Grenzregion, also zwischen dem Ostjordanland und dem arabischen Wüstengebiet, also dort in dieser Grenze gab es oft Menschen, die Tabeel hießen. Es sieht so aus, als ob das Nordreich und die Aramäer sich verbündet hatten mit einer Verschwörung, die sich überlegt hatten. Wir wollen das gesamte politische System in dem Südreich umstürzen und wollen einen Vasallen in Jerusalem, der dann nach unserer Pfeifetanz dort einsetzen. Aber Gott sagt, Vers 7, deshalb spricht Gott daher, es soll nicht zustande kommen und nicht geschehen. Hier war eine wahre Verschwörung, eine wahre Gefahr und Gott sagt, mach dir keine Gedanken darum, es wird sowieso nicht so kommen. Denn Damaskus ist das Haupt von Aram, also die Hauptstadt. Und Rezin ist das Haupt von Damaskus und binnen 65 Jahren wird Ephraim zertrümmert sein, sodass es kein Volk mehr ist. 65 Jahre von 735 bringt uns in die Zeitspanne um 670 und das ist die Regierungszeit, die letzten Jahre des asyrischen Königs, des späteren asyrischen Königs Asarhaddon, der dann, so er berichtet uns, Esra 4, Vers 2 später, sehr viele neue Völker auf das Gebiet des ehemaligen Nordreichs gebracht hat, sodass dann die sogenannten Samaritaner entstanden, wie wir sie dann in Esra 4 auch finden. Also innerhalb von 65 Jahren war dort auf dem Gebiet des Nordreiches überhaupt gar kein Nordreich. Israel, das Volk, er hatte aufgehört zu existieren, weil es sich jetzt völlig vermischt hatte. Die Prophezeiung erfüllte sich bis auf den Buchstaben. Vers 9. Und das Haupt Ephraims ist Samaria und das Haupt Samarias ist der Sohn Remalias. Wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Die entscheidende Sache in all dem war der Glaube. Und darum geht es jetzt in den nächsten Versen. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu wohl zu gefallen. Vers 10. Weiter redete der Herr zu Ahas und sprach, er bitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Er bitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Gott sagt, ich will dich retten, ich will für dich da sein. Gib mir eine Gelegenheit, mich zu offenbaren. Übrigens wird es später einen König geben in der zweiten Geschichte, denn der Sohn von Ahas in Michiskir, der sich ein gewaltiges Zeichen erbittet. Aber Ahas möchte das nicht. Er sagt in Vers 12, da antwortete Ahas, ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Das klingt fromm. Aber in Wirklichkeit war Ahas skrupellos. Er hat gegen Gott schwer gesündigt, hat später sogar das Heiligtum vernagelt und den Menschen unmöglich gemacht, noch den Heiligtumsdienst auszuüben. Ahas hatte eine andere Strategie. Ahas glaubte, er könnte mit weltlichen Methoden gegen diese Allianz bestehen, aus Aramäern und Nordreich Israel bestehen. Er hatte sich nämlich an den König im fernen Assyrien gewandt. An Tiglath-Pileser den Dritten. Und so wollte er kein Zeichen von Gott, weil er ja schon ahnte, dass die Assyrer auf ihrem nächsten Feldzug in Damaskus einfallen könnten. Vers 13, darauf sprach Jesaja, höre doch, Haus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Haus David ist die Dynastie des Südreiches natürlich. Ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Mit uns ist Gott. Dieser Vers erfüllt sich natürlich in seinem absoluten buchstäblichen Sinne mit der Geburt unseres Erlösers, Jesus Christus, durch die Jungfrau Maria, wie Matthäus 1 und Lukas 1, uns berichten. Denn dort wird Gott buchstäblich einer von uns. Er ist Gott mit uns, denn das Wort, das Gott ist, wird Fleisch. So auch 1. Timotheus 3, Vers 16. Interessant ist, dass aber die Verheißung oder diese Prophezeiung hier in einen ganz geschichtlichen Kontext eingebunden wird. Interessant ist auch, dass das Wort Jungfrau im Hebräischen nicht zwangsläufig eine tatsächliche biologische Jungfrau bedeutet, wie es dann im Neuen Testament ganz deutlich von der Maria gesagt wird, sondern auch eine junge Frau sein kann. Lesen wir erstmal ein bisschen weiter. Vers 15. Dickmilch und wildtonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Das ist eine interessante idiomatische Wendung. Wir kennen sie aus 5. Mose 1, Vers 39. Dort spricht es von den Kindern der ersten Generation der Exodus-Israeliten und bezieht sich auf einen Zeitraum bis zu 20 Jahren. Also bis zu 20 Jahre ist da so eine gewisse Grenze, wo man eine eigene moralische Verantwortung übernimmt. Vers 16. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, man könnte auch sagen, ehe er 20 Jahre alt ist, wird das Land, vor dessen beiden Königin Dirkraut verlassen sein. Die Frage ist, wie genau, von welchem Sohn ist hier die Rede? Was hat das mit Jesus zu tun? Eins können wir wissen, seit der Zeit, wo Jesaja diese Prophezeiung gibt, 20 Jahre später, war tatsächlich das Reich von Aram Damaskus als auch das Nordreich Israel zerstört. Die Zerstörung Samarias wird auf das Jahr 722 v. Chr. unter Salman Nasser V., dem assyrischen König, dem Nachfolger von Ticlat Pelesa III. datiert. Also ungefähr sogar zwölf Jahre schon nach diesen Begebenheiten hier. Der Herr, Vers 17. Der Herr aber wird über dich, über dein Volk und über das Haus deines Vaters, also über dich Ahas, über das Volk Judah, das Südreich und über deine Dynastie, über dein Haus Tage bringen, wie sie niemals gekommen sind, seit dem Ephraim von Judah abgefallen ist, nämlich den König von Assyrien. Den, den du dir als Partner, als Alliierten gewählt hat, der wird dein Land selbst angreifen. Die Botschaft von Jesaja ist mit anderen Worten, fürchte dich nicht vor den Arameern und vor dem Nordreich Israel, aber fürchte einen viel oder habe Respekt. Wisse, dass ein viel gefährlicher Feind kommt. Nicht das, was du als Gefahr siehst, ist wirklich die Gefahr, sondern hier ist die echte prophetische Gefahr. Der König von Assyrien wird kommen, denn es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr die Fliege, die an der Mündung der Strömung Ägyptens ist und die Biene im Land Assyrien herbeipfeifen. In der Bibel werden immer wieder Insekten wie Fliegen und Bienenhornissen auch für Kriegsmächte verwendet und sie werden herbeikommen und sich alle niederlassen in den Schluchten und in den Feldspalten und auf allen Dornhecken und allen Weideplätzen. Zu jener Zeit wird der Herr durch das gemietete Schermesser von jenseits des Stromes, also jenseits des Euphrat, denn dort war zwischen Euphrat und Tigris das Kernland in Nordmesopotamien, der Assyrer. Nämlich durch den König von Assyrien, das Haupt und das Haar an den Beinen abrasieren, ja auch den Bart wird er wegnehmen. Das ist im orientalischen Denken die absolute Schande, alle seine Haare zu verlieren. Und Gott sagt durch das gemietete Schermesser, mit anderen Worten durch ein Instrument, dass er sich dazu mietet, dass er sich dazu nimmt, wird Judah mit Schande überseht werden. Vers 21, an jenem Tag wird es geschehen, dass ein Mann nur eine Kuh und zwei Schafe am Leben erhalten kann. Also die Ressourcen werden sehr knapp werden. Größerer Viehbesitz wird nicht mehr möglich sein. Es wird geschehen, sie werden so viel Milch geben, dass er Dickmilch essen kann. Erinnern wir uns an Kapitel 7, Vers 15, über diesen Knaben, der Dickmilch und Wildhonig essen wird. Aber hier in Vers 22 wird deutlich, diese Formulierung Dickmilch und Wildhonig hat zu tun mit der Eroberung oder mit der Invasion der Assyrer, die das Land ganz in Gefahr bringen werden. Dass er Dickmilch essen kann, denn Dickmilch und Wildhonig wird dann jeder übrig gebliebene im Land essen. Es wird übrige geben, aber sie werden Dickmilch und Wildhonig essen. Also nur von den allereinfachsten Dingen sich ernähren. Und es wird geschehen an jedem Tag, dass jeder Ort, wo 1000 Weinstöcke im Wert von 1000 Schäkel Silber standen, zu Dornen und Distel werden wird. Man wird nur mit Pfeilen und Bogen dahin gehen, denn das ganze Land wird zu Dornen und Disteln werden. Also Pfeil und Bogen sind Geräte für den Kampf und für den Krieg und für die Jagd. Also die Versorgung und die Sicherheit im Lande Judah werden äußerst prekär werden. Hier sieht man eine ganz buchstäbliche Anwendung dessen, was Gott im Lied des Jesaja in Jesaja 5 angedeutet hatte, was passieren würde, weil sie ihn immer und immer wieder abgelehnt haben. Vers 25 und keinen der Berge, die man jetzt mit der Hacke behackt, wirst du mehr betreten aus Furcht von den Dornen. Und Distelmann wird das Rindvieh dorthin treiben und sie von Schafen zertreten lassen. Hier finden wir die Gerichtsankündigung, die Assyrer werden kommen. Und jetzt kommt es. Kapitel 8, Vers 1. Und der Herr sprach zu mir, nimm dir eine große Tafel und schreibe darauf mit deutlicher Schrift. Bald kommt Plünderung, rasch schraub. Jesaja nimmt sich eine Tafel und schreibt eine prophetische Botschaft, eine Botschaft der Gefahr, eine Botschaft des Gerichtes. Bald kommt Plünderung, rasch schraub. Und zwar sehr bald wird dieses Gericht kommen. Er soll es deutlich schreiben. Und wenn ein Prophet, auf eine Tafel etwas deutlich schreibt, dann deswegen, damit es andere lesen sollen. Es ist eine Botschaft, eine schriftliche Gerichtsbotschaft. Es ist das Wort Gottes. Es ist eine prophetische Botschaft. Und diese soll von anderen gesehen werden. Er sagt, ich will mir glaubwürdige Zeugen bestellen. Besser noch übersetzt aus dem Hebräischen, wie die Elbefelder es macht, müsste man sagen. Und ich bestellte mir glaubwürdige Zeugen. Uriah, den Priester, und Zachariah, den Sohn Jeberechias. Die sollen sehen. Ja, das stand wirklich auf der Tafel. Es war wirklich Achtung, gut zu hören. Das geschriebene Wort Gottes. Bald kommt Plünderung. Raschraub heißt auf Hebräisch Maher-Shalal-Rashbaz. So nahm sich also Jesaja diese Tafel und schrieb drauf mit großen Buchstaben Maher-Shalal-Rashbaz. Und Priester, der Priester Uriah und Zachariah, der Sohn Jeberechias, sollten das beurkunden, dass sie das wirklich dort gesehen haben. Und dann heißt es in Vers 3. Und ich nahte mich der Prophetin seiner Frau. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach der Herr zu mir, nenne ihn Maher-Shalal-Rashbaz. Bald kommt Plünderung. Raschraub. Heute ist es ja eine Mode geworden, Kinder nach Althebräischen, nach alttestamentlichen Namen zu nennen. Es gibt heute viele Henos und Elias und wie sie alle heißen. Noch keiner, den ich getroffen habe, hat sein Kind genannt Maher-Shalal-Rashbaz. Aber dieses Kind ist von äußerster Bedeutung, von äußerster Wichtigkeit Total interessant. Denn hier trägt ein Kind den Namen des geschriebenen Wortes Gottes. Man könnte auch sagen, in einem sehr limitierten Sinn, hier wurde das Wort Fleisch. Hier wird ein Kind geboren, das offensichtlich eine Teilerfüllung, gut zu hören, eine Teilerfüllung von Jesaja 7,14 ist und damit ein Typus auf Jesus Christus. Schon mal die Geschichte gehört von Maher-Shalal-Rashbaz, jenem Sohn Jesajas, der ein Typus auf Jesus ist. Weiter heißt es, denn Ehe der Knabe wird sagen können, mein Vater und meine Mutter wird der Reichtum von Damaskus und die Beute Samarias vor dem König von Assyrien herbeigetragen werden. Ein Kind kann mein Vater und meine Mutter sagen, schon im zweiten Lebensjahr, noch bevor er zwei Jahre alt sein würde, würde der Tribut, der Reichtum von Damaskus und Samaria bereits nach Assyrien getragen werden und genau das passierte. Die assyrischen Quellen belegen uns, dass im Jahre 733 und 732 genau dieser Tiglat-Pileser III. Feldzüge unternahm und dabei von Samaria Tribut erhielt. Wir haben die Tributlisten und vor allem haben wir die Berichte von der Zerstörung von Damaskus und dem Töten von Rezin. All das erfüllt sich innerhalb von zwei Jahren. Wir haben also drei Zeitprophezeiungen hier. Einmal, wenn Maher-Shalal-Rashbaz zwei Jahre alt sein wird, dann wird bereits Assyrien Tribut von Damaskus und von Samaria erhalten. Wenn dieser Sohn 20 Jahre alt sein wird, wird es beide Länder nicht mehr geben und nach 65 Jahren würde es das Volk, das mal das Nordreich gewesen war, nicht mehr geben, weil dann später Asahadon die anderen Völker angesiedelt hat und jetzt ein Missvolk entstanden ist. All das hat sich buchstäblich erfüllt, wenn wir verstehen, dass dieser Maher-Shalal-Rashbaz eine Teilerfüllung, ein Typos ist auf den kommenden Messias. Vers 5. Und der Herr fuhr fort mit mir zu reden und sprach, weil dieses Volk das stillfließende Wasser Siloas verachtet. Das ist ein Kanal gewesen in Jerusalem, der auch dann später als der Teich Siloa bekannt wird im Neuen Testament. Verachtet dagegen Freude hat an Rezin und an dem Sohn Remaljas. Siehe, so wird der Herr die starken und großen Wasser des Stromes über sie bringen. Den König von Assyrien mit seiner ganzen Herrlichkeit, der wird sich über alle seine Flussbetten ergießen und über alle seine Ufer treten. Dieses Bild eines übertretenen Flusses ist ein oft gebrauchtes Bild für Invasionen im Alten Testament. Hier wird also wieder diese Invasion, die drohende Invasion der Assyrer beschrieben. Vers 8. Und er wird daherfahren über Judah, es überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird er reichen und die Spanne seiner Heeresflügel wird die Breite deines Landes füllen. Immanuel, das Kind sollte ja eigentlich, wie heißen? Immanuel. Jetzt hat es den Namen bekommen, Mahershalal Raschbas. Bald kommt Plünderung, Raschraub. Aber ein zweiter Name sollte sein, Immanuel. Mit uns ist Gott. Die Assyrer würden nicht nur das Nordreich vernichten, was wie gesagt geschehen ist. Im Jahre 722 unter Salmanassar dem Fünften oder Salmanu Ascharet. Salmanassar dem Fünften. Sondern irgendwann würde auch das Südreich Judah angegriffen werden. Und das passierte in Jesaja 36 und 37. Das ist die zweite Geschichte im Buch Jesaja. Diese beiden Geschichten bilden zwei Brennpunkte, an denen sich die ganzen Botschaften wie Magnete orientieren. Diese Invasion wird so vollständig sein, dass es keinen Ort im Land mehr geben wird, der nicht betroffen sein wird. Deswegen war die Politik von Ahas völlig falsch, genau mit diesen Assyrern gemeinsame Sache zu machen. Und die Bibel berichtet auch in 2. Chronik 28, dass obwohl er Gold und Silber und alles mögliche dem König dort gab, er immer noch mehr bedrängt wurde und keinen wirklichen Nutzen davon hatte. Vers 9. Schließt euch zusammen, ihr Völker. Ihr werdet doch zerschmettert. Horcht auf, ihr alle in fernen Landen. In Ländern. Rüstet euch. Ihr werdet doch zerschmettert. Ja, rüstet euch. Ihr werdet doch zerschmettert. Schmiedet einen Plan. Es wird doch nichts daraus. Verabredet etwas. Es wird doch nicht ausgeführt. Denn Imanu El. Gott ist mit uns. Die finsteren Pläne der Heiden werden zwar bis zum Hals die Rosalems kommen, aber sie werden scheitern. Denn Gott ist mit uns. Jesaja spielt mit dem Namen dieses Kindes, der sowohl Mahershalal Chaspas heißt, als auch Imanu El. Vers 11. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste und mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Gott hat eine ernste Botschaft. Diese Botschaft gilt auch uns heute. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Die Menschen damals fürchteten sich vor Pekach und vor Rezin und dachten, dass die Verschwörung, die reale Verschwörung, die es ja tatsächlich gab, von Rezin und Pekach, von Aram Damaskus und Samaria, von diesen beiden kleinen Königreichen, die alles umstürzen wollten in Judah, dass das die große Gefahr ist. Aber Gott sendet einen Propheten und sagt, kümmert euch doch nicht darum, das sind nur zwei Feuerbrandstummeln. Erstens, die prophetische Gefahr, sie ist ganz woanders. Nämlich von Assyrien. Das ist das, was die Propheten vorhergesagt und was hier prophetisch vorhergesagt wird. Darauf sollt ihr euch konzentrieren. Aber noch viel wichtiger, Vers 13. Den Herrn, der Herrschern, den sollt ihr heiligen. Er soll eure Furcht und euer Schrecken. Auch heute, wenn wir vermeintliche oder tatsächliche Verschwörungen sehen und denken, alles ist in Gefahr. Lasst uns den Blick nicht weglenken von der prophetischen Warnung, von den prophetischen Themen. Und lasst uns genau erkennen, was eine echte Gefahr ist und was nur in unserem Kopf eine Gefahr ist. Und vor allem, lasst uns nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt, sondern lasst uns Gott fürchten, ihn heiligen und auf ihn vertrauen. Als Mose und Aaron selbst Justiz geübt haben, da sagt Gott, weil ihr mich nicht geheiligt habt. Wenn wir vor lauter Angst, vor tatsächlich oder vermeintlicher Verschwörung, die uns im Internet präsentiert wird, Selbstjustiz üben, indem wir selbst grimmig werden und bösartig und schimpfen und dies und jenes, dann heiligen wir nicht Gott. Er soll eure Furcht und euer Schrecken. So wird er euch zum Heiligtum werden. Aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israels, zum Fallstrick und zur Schlinge für die Bewohner von Jerusalem, sodass viele unter ihnen straucheln und fallen und zerbrochen und verstrickt und gefangen werden. Das ist ein interessanter Vers. Zur Zeit von Ahas wurde dann im Laufe der Zeit das Heiligtum völlig vernagelt. Man konnte nicht mehr hinein, aber durch Jesaja kommt die Botschaft. Fürchtet Gott, er selbst wird euch zum Heiligtum sein. Alle, die an ihn glauben, die an ihn festhalten, die zu den übrigen zielen, werden in Gott selbst ihr Heiligtum finden. Aber Gott selbst wird zum Stein des Anstoßes für alle, die ihn verwerfen, für alle, die lieber weltliche Politik machen und sie werden fallen über ihn. Und diese doppelte Botschaft, Rettung und Heil, selbst in der größten Gefahr für alle, die an Gott glauben, aber Vernichtung und Gericht für alle, die ihn ablehnen, die kommt in diesem doppelten Namen des zweiten Sohnes von Jesaja zum Ausdruck. Immanuel, Gott mit uns. Aber Mahershalal, Raschbas, bald kommt Plünderung, Raschraub und damit wird Jesaja zu einem perfekten Typus für Jesus, einen wirklich guten Typus, denn Jesus war genau das. Er war Immanuel. Er war buchstäblich Gott mit uns. Er wurde tatsächlich zum Heiligtum für uns. Johannes 2 sagt das ja ganz eindeutig, dass er selbst sich als den Tempel gesehen hat. Aber gleichzeitig war er ein Stein des Anstoßes für alle, die nicht an ihn glaubten. Für alle, die lieber mit weltlicher Politik und mit menschlicher Kraft gegen die vermeintliche Gefahr der Römer angehen wollten. Er wurde zum Stein des Anstoßes und damit bekommt diese Botschaft eine ungeheure Brisanz. Ist Jesus heute für uns Immanuel oder Mahershalal, Raschbas. Denn je nachdem, wie wir uns zu ihm stellen, wird er uns in der größten Gefahr retten können. Oder wenn wir nicht zu ihm uns wenden, erwartet uns Plünderung und Raub. So wie zur Zeit Jesu auf Jerusalem nur noch Plünderung und Raub wartete, als sie Jesus ablehnte. Vers 16. Binde das Zeugnis zusammen, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern. Hier kommt jetzt die Versiegelung mit ins Spiel, die sich darin zeigt, dass wir Gottes Charakter in unserem Herzen tragen, über ihn nachdenken, in der Wahrheit gegründet werden und als Zeichen unserer Versiegelung den Sabbat in der aller Welt verkündigen und selbst halten. Wir sehen hier, welche endzeitliche Bedeutung dieses ganze Thema hat und wie weit das in die Endzeit hineinreicht. Binde das Zeugnis zusammen, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern. Die Schüler Gottes müssen in der Wahrheit, im Wort Gottes fest gegründet sein, in einer Zeit, in der alles auf den Kopf gestellt zu sein scheint. Vers 17. Und ich will warten auf den Herrn, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakobs und will auf ihn hoffen. Auch wenn es so aussieht, als ob Gott die Welt verlassen hat und sein Volk verlassen hat, sagt Jesaja, ich will auf ihn hoffen, ich will auf ihn warten. Dieselbe Botschaft findet sich auch bei Micha. Immer wieder finden wir in der Bibel viele Texte, wir haben sie hier aufgeschrieben im Sendemanuskript, dass wir auf Gott warten sollen, auf ihn hoffen sollen und er wird uns nicht enttäuschen. Das galt für die Zeit von Jesaja, das galt für das erste Kommen Jesu, es galt, es gilt unvermindert für das zweite Kommen Jesu und dann kommt der Vers, der eigentlich der Schlüssel ist für diese ganzen zwei Kapitel, um sie richtig zu verstehen. In Vers 18 heißt es, da sagt Jesaja, siehe, ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, wir sind Zeichen und Wunder für Israel von dem Herrn, der Herrscher, der auf dem Berg Zion wohnt. Er selbst und seine beiden Söhne waren mit ihren Namen typologische Zeichen. Jesaja selbst heißt ja, der Herr rettet. Jesha, Jahu. Jesha, es rettet. Jahu, eine Abkürzung von der Herr. Wenn man einfach dieses Ja nach vorne nimmt, dann entsteht durch die Regeln der hebräischen Grammatik sehr bald Joshua, Joshua, der Name von Jesus. Man kann eigentlich ohne große Übertreibung sagen, dass Jesaja und Jesus eigentlich im Grunde genommen exakt denselben Namen hatten, nur, dass sich der Gottesname einmal bei Jesaja am Ende befindet und bei Jesus am Anfang. Jesaja wird damit selbst zum Typus für Jesus und das ist vielleicht kein Wunder, dass ausgerechnet er mit diesem Namen so viele Prophezeiungen und Weissagungen und Verheißungen auf den Messias haben wird. Man könnte auch andersrum sagen, dass die Namensgebung Jesus direkt auf Jesaja mitverweist. Und der erste Sohn von Jesaja hieß, Shea, Jashub, ein Überrest wird sich bekehren, ein Überrest wird umkehren, so wie es seit dem Kapitel 1 gesehen haben, dass ein Überrest gerettet werden wird, alle die an Gott glauben. Und dann der zweite Sohn, Herr Schalal Rashbas. Bald kommt Plünderung, Rashraub, aber sein zweiter Name ist Immanuel, Gott mit uns für alle, die sich an ihn halten. Eine Botschaft des Gerichtes und der Lösung, wie in diesem ganzen Buch bisher. Vers 19. Wenn sie euch aber sagen werden, befragt die Totenbeschwörer und Wahrsager, die flüstern und murmeln, so antwortet ihnen, soll nicht dein Volk seinen Gott befragen oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? Damals gab es einen großen Bedarf, die Zukunft zu kennen, aber die Menschen gingen nicht zum Wort Gottes, sie gingen nicht zum Propheten, sie gingen nicht zu der Bibel, sondern sie wollten von Medien und von Wahrsagern die Wahrheit erfahren. Und Gott sagt, warum kommt ihr nicht zu mir? Vers 20. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Ist es zu übertrieben, wenn wir die Anwendung machen und fragen in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, wo alle Menschen wissen wollen, was passiert in der Zukunft, wo Menschen so unsicher sind und alle möglichen Quellen anzapfen, irgendwelche Experten im Internet sich versuchen, kundig zu machen, was passieren könnte. Und viele Menschen mit sehr klar esoterischem und atheistischem Hintergrund große Theorien und Spekulationen aufstellen, sollten wir als Volk Gottes uns an sie wenden oder sollten wir nicht vielmehr die Bibel studieren? Sollten wir nicht vielmehr den Geist der Weisheugung studieren und nur das annehmen, was damit völlig übereinstimmt und alles andere ausscheiden? Ganz egal, wie spektakulär es klingt. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Der Test für alles, was uns präsentiert wird, ist das Wort Gottes. Zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie keinen Morgenrot. Lieber Freund, liebe Freundin, wir kommen in eine Zeit der Weltgeschichte, in der du die Bibel so gut kennen musst, dass du alleine mit Gottes Hilfe auf deinen eigenen Füßen stehen musst und das Wort Gottes kennen musst. Und alles, was wir hier bei Joel Media tun, ist Menschen wie dich und andere dazu zu animieren, selbst die Bibel zu studieren und selbst eine Erfahrung mit diesem Gott zu machen, der in seinem Wort direkt zu dir und zu mir spricht. Vers 21, sie werden bedrückt und hungrig im Land umherschleichen und wenn sie dann Hunger leiden, werden sie in Zorn geraten und werden ihren König und ihren Gott verfluchen. Wenn sie sich dann nach oben wenden oder wenn sie auf die Erde sehen, siehe, so ist der Drangsal und Finsternis, beängstigendes Dunkel und der dichte Finsternis wird es verstoßen. So endete schon Kapitel 5. Weil das Volk so böse ist, weil es sich so von Gott abwendet, wird da nur Gericht sein und wird das Land in die Finsternis geraten. Eine der ersten Gegenden im Nordreich, Israel übrigens, die von Tiglath-Pileser erobert worden ist, war die Gegend am See Genezareth. Sebulon und Nafzali. Ihr könnt das nachlesen in der 2. Könige 15, Vers 29. Dort gingen die ersten Israeliten ins Exil. Dort war zuallererst die Dunkelheit besonders stark und intensiv. Aber Jesaja geht direkt weiter, ohne eigentliche Kapitelunterbrechung. Heißt es, doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Nafzali gering machte, weil sie die ersten waren, die von den Assyrern verschleppt worden sind. Weil sie so weit im Norden waren und deswegen als erste angegriffen werden konnten. So wird er in der letzten Zeit, also später, den Weg am See zu Ehren bringen. Jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden im hebräischen Gelil-Haguim, daraus wird später Galiläa. Genau dieses Gebiet, wo die Assyrer zuerst eingefallen sind und zuerst die Beute gemacht haben und zuerst aus Israel herausgerissen haben. Genau dort wird ein Licht aufgehen. Dort wird die Ehre Gottes sich zeigen. Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Matthäus 4 macht später ganz deutlich, dass als Jesus sich entscheidet im Jahre 29 nach dem Passer, das Johannes 5 noch angedeutet ist, ein ganzes Jahr lang in Galiläa besonders zu verbringen und viele seiner größten Wunder, viele seiner bedeutenden Predigten, wie die Bergpredigt dort in Galiläa entstanden sind, genau in dem Gebiet, in dem 700 Jahre zuvor, 750 Jahre zuvor die Israeliten von den Assyrern zuerst angegriffen worden sind. In diesem dunklen Land kommt der Messias, der schon durch Mahershalal Hasbaz angekündigt worden war, durch Jesaja selbst typologisch vorhergesagt worden war. Du hast das Volk vermehrt, hast deine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Jetzt in der Zeit von Jesaja sollte das eine dramatische Gerichtsbotschaft sein, aber das Heil war schon zu sehen. Jesaja sagt, es wird eine Erlösung geben, eine Freude, die so groß sein wird, denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Der Tag Midians bezieht sich auf die Geschichte von Gideon, als damals die Midianiter besiegt worden sind durch Gideon, durch eine kleine Schar, durch 300, durch einen Überrest. Das Joch zerbrochen heißt Freiheit und damit wird deutlich, dass die Assyrer selbst zu einem Typus werden für die Sünde selbst und könnte auch damit die gesamte Geschichte von Jesaja 7, 8 und 9 so zusammenfassen. Fürchte nicht die politischen Verschwörungen, die es gibt oder vielleicht in deinem Kopf nur existieren. Fürchte lieber die Sünde, aber vor allem fürchte Gott, der dich von all dem retten kann. Denn jeder Stiefel, der derer, die gestiefelt ein Herrstapfel in dem Schlachtgetümmel, das sind die Assyrer mit ihren großen, hohen Marschstiefeln, ihren Kriegsstiefeln und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Am Ende erfüllt sich dieser Vers buchstäblich nach den tausend Jahren. Warum wird das alles so sein? Warum wird selbst die Sünde besiegt werden? Warum werden die Assyrer nicht für immer regieren? Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schuld. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friede, Fürst. Und hier wird deutlich, das kann sich nicht wirklich erfüllt haben. Der ist nur ein Typus, nur eine kleine Vorerfüllung sozusagen. Hier wird darauf hingewiesen, auf den Wahren, der die eigentliche Erfüllung von Jesaja 7, 14 ist, der, der selbst Gott ist, der starke Gott, der eins ist mit dem Vater, der Mensch werden wird. Vers 6, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben. Gottes Jesu Königreich wird immer größer und immer größer werden. Sein Königreich, die Mehrung seiner Herrschaft, wird kein Ende haben. Auf dem Thron Davids, über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun übrigens. Genau dieser letzte Satz findet sich auch so wörtlich noch einmal in der Geschichte später bei der Belagerung durch die Assyrer zur Zeit von Hiskir. Hier haben wir die Prophezeiung auf den kommenden Messias. Hier ist Jesus als der Sieger, der König, der starke Gott, der Friedefürst, der Ratgeber, der alle Probleme lösen kann. Nicht nur zur Zeit von Jesaja, nicht nur in der Weltgeschichte, sondern auch in deinem persönlichen Leben. Gehen wir weiter. Ab Vers 7 kommt jetzt ein längeres Gedicht über den Abfall des Nordreiches, das sich ja hier mit den Arameern verbündet hatte, gegen das Südreich. Jesaja war eigentlich jemand, der vor allem im Südreich wirkt, aber hier hat er eine Botschaft an das Nordreich. Vers 7. Ein Wort, das der Herr gegen Jakob gesandt und es soll in Israel niederfallen. Ein Wort hat der Herr gegen Jakob gesandt, Verzeihung, und es soll in Israel niederfallen. Das ganze Volk soll es erkennen. Ephraim und die Bewohner von Samaria, die im Stolz und Übermut des Herzens sagen, Stolz und Übermut waren ja ein Thema, was wir schon in Jesaja 2 gesehen haben, dass er immer wieder auftauchte als das Hauptproblem der Stolz. Die Ziegelsteine sind eingestürzt. Wir wollen mit Quadern aufbauen. Die Maulüberbäume wurden abgehauen. Wir wollen zedern ihre Stelle setzen. Im Nordreich dachte man sich, wenn es ein paar Probleme gibt, können wir noch viel mehr wieder herstellen. Wir wollen noch mit besseren Bäumen die kaputten Bäume ergänzen. Doch der Herr hat die feine Rezins ihm überlegen gemacht und seine Gegner aufgestachelt, die Arameer von vorn und die Philister von hinten und sie sollen Israel mit vollem Maul fressen. Es gab ja nicht nur die Arameer von Damaskus, sondern es gab eine ganze Reihe von vielen arameischen Kleinkönigreichen dort im heutigen Nordsyrien und Libanon. Und die Philister sind uns sehr gut bekannt von der Mittelmeerküste. Bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt. Seine Hand bleibt ausgestreckt. Wir kennen diese Formulierung schon aus Kapitel 3. Nein, verzeihung aus Kapitel 5. Weiter heißt hier ist diese Formulierung wie ein Refrain, der jetzt diesen ganzen Abschnitt strukturiert. Aber das Volk kehrt nicht um zu dem, der schlägt. Und sie suchen den Herrn, der Herrscher nicht. So ähnlich war es auch vom Südreich gesagt worden in Kapitel 1. Darum wird der Herr von Israel Haupt und Schwanz abhauen, Palmzweig und Binse an einem Tag. Der Älteste und Angesehene ist das Haupt und der Prophet, der Lügen lehrt, ist der Schwanz. Übrigens haben wir hier einen interessanten Vers, um Offenbarung 12 besser zu verstehen, wo von dem Schwanz die Rede ist, der ein Drittel der Engel verführt, nämlich durch die Lügen dessen, der sich als Prophet Gottes auszugeben hat, nämlich den Luzifer. Die Führer dieses Volkes sind Verführte geworden. Die Führer dieses Volkes, Verzeihung, sind Verführer geworden. Und die von ihnen Geführten sind verloren. Das Problem, wie schon in früheren Kapiteln bei Jesaja, lag vor allem auch bei der Führung des Volkes. Darum freut sich auch der Herr nicht über seine Auserwählten und hat keiner Bar mit seinen Weisen und Witwen, denn sie sind alle Frevler und Bösewichte und jeder Mund redet Torheit. Da kann man sich selbst mal fragen, wie oft wir in unserem dem Torheit reden. Bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt, seine Hand bleibt ausgestreckt, denn die Gottlosigkeit brennt wie ein Feuer. Dornen und Dieseln frisst sie und die dichten Wälder zündet sie an, sodass Rauchsäulen emporwirbeln. Durch den Zorn des Herrn ist das Land wie ausgebrannt und das Volk wie von Feuer verzehrt. Keiner hat Mitleid mit dem anderen. Man verschlingt zur Rechten und bleibt hungrig. Man frisst zur Linken und wird nicht satt. Jeder frisst das Fleisch seines eigenen Armens. Man nasse den Ephraim und Ephraim den Man nasse. Und diese beide fallen über Jude her. Es hatte, wie vorhin schon erwähnt, in der Zeit, in den ersten Jahren des Pekach, eine offensichtlich, so hat das Edward Thiele rekonstruiert, eine Teilung des Nordreiches gegeben. Es hat vermutlich zwei Königreiche parallel gegeben, so lässt sich das in der Chronologie ablesen. Und Pekach hat erst in den letzten acht Jahren seiner Regierung dann das Reich wieder vereinen können. Es gab also Bürgerkrieg zwischen den einzelnen Sektionen im Nordreich. Und als sie dann vereint waren, haben sie sich mit den Aramäern gegen das Südreich verbunden. Hier sieht man, dass also die Sünde eigentlich dazu geführt hat, dass sie sich gegenseitig aufgefressen haben, dass sie sich gegenseitig geschadet haben und damit das Volk immer nur mehr geschwächt haben. Es geht direkt weiter. Wehe denen, die ungerechte Gesetze erlassen und den Schreibern, die bedrückende Vorschriften schreiben, womit sie die Armen vom Rechtsweg verdrängen und den Unterdrückten meines Volkes ihr Recht rauben, damit die Witwen ihre Beute werden und sie die Weisen plündern können. Und hier erinnern wir uns an Kapitel 1. Die Witwen und die Weisen, um die sich niemand kümmert. Das war, hatte Jesaja auch dem Südreich gesagt. Es gibt also kaum richtig Unterschied zwischen dem Nordreich und dem Südreich. Was wollt ihr tun am Tag der Rechenschaft? Und wenn der Sturm hereinbricht, der von Ferne kommt, zu wem wollt ihr um Hilfe fliehen? Und wo wollt ihr euren Reichtum lassen? Auch das war ja eine Idee, die wir in Jesaja 2 schon gesehen haben, dass alles Gold dann weggeworfen werden wird. Wer sich nicht mit den Gefangenen beugen will, der muss mit den Erschlagenen fallen. Es wird dann also nur noch die Möglichkeit zwischen Exil und Tod geben. Bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt. Seine Hand bleibt ausgestreckt. Die Lage ist verzweifelt. Sie ist enorm verzweifelt. Viermal sagt Gott diesen Satz. Bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt. Seine Hand bleibt ausgestreckt. Eine verzweifelte Situation, insbesondere im Nordreich. Und dann wendet sich Jesaja prophetisch an die Assyrer selbst. Vers 5. Wehe Assyrien, der Rute meines Zorns, der in seiner Hand den Stock meines Grimmens trägt. Gott sagt, ich benutze die Assyrer als Gericht über das Nordreich und dann auch als Prüfung für das Südreich. Gegen eine gottlose Nation, also gegen das Volk Israel, werde ich ihn senden und gegen das Volk, dem ich zürne, will ich ihn aufbieten, damit er Beute macht und Raub holt und es zertritt wie Kot auf der Gasse. Gott sagt, wenn die Assyrer kommen, ist es mein Gericht an euch. Aber, Vers 7. Aber er meint es nicht so und sein Herz denkt nicht so, sondern er nimmt sich vor, Völker umzubringen und auszurotten und zwar nicht wenige. Gott sagt also die Assyrer, ich werde die Assyrer benutzen, aber die Assyrer wissen das gar nicht und sie wollen gar nicht meine Ehre. Sie wollen doch nicht für mich arbeiten. Sie denken etwas ganz anderes, denn die Assyrer denken nur, wir wollen die ganze Welt erobern. Die Assyrer wollen einfach nur Völker umbringen und ausrotten. Denn er spricht, sind nicht alle meine Fürsten, Könige. Ist nicht Kalne wie Karkemisch, Hamad wie Arpad, Samaria wie Damaskus, die Zeit reicht uns nicht alle Details hier zu geben, aber wir haben für jede einzelne Stadt hier die Daten. In den meisten Fällen wurden diese Städte 738 vor Christus, also wenige Jahre zuvor, von Tiglat-Pileser eingenommen. Das war also ganz frisch in der Nachrichtenwelt der damaligen Zeit, dass Kalne eingenommen worden war nach einer Rebellion, die Einwohner deportiert worden waren, dass Hamad besiegt worden war durch Tiglat-Pileser, den Dritten. Arpad wurde schon 740 zerstört nach drei Jahren Belagerung und entsprechend sollte es jetzt auch den Städten Samaria und Damaskus gehen. Wie meine Hand sich der Königreiche der Götzen bemächtigt hat, deren Götterbilder doch mächtiger waren als die von Jerusalem und Samaria und wie ich es mit Samaria und ihren Götzen gemacht haben, sollte ich es nicht auch mit Jerusalem und ihren Götzenbildern so machen? Gott verwendet die Assyrer, um die Israeliten im Nordreich für ihren Götzendienst zu strafen, aber die Assyrer, die das ausführen, merken nicht, dass sie eigentlich nur ein Instrument an der Hand Gottes sind. Und das zeigt uns, dass Menschen, dass Gott Menschen gebrauchen kann für eine bestimmte Aufgabe, ohne dass sie dadurch heilig sind oder erlöst. Nein, Gott weiß ganz genau, dass die Assyrer selbst seine Ehre nicht suchen. Und so geht es weiter. Und es wird geschehen, wenn einst der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollendet hat, wir haben ja schon Kapitel 1 gesehen, dass er Jerusalem wieder herstellen möchte, dass durch das Gericht das Volk gereinigt werden soll, dass es eine Erweckung geben soll, dass die Übrigen gerettet werden. Wenn einst der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollendet hat, so will ich Vergeltung üben an der Frucht des überheblichen Herzens des Königs von Assyrien und an dem Trotz seiner hochfahrenden Augen. Der Stolz ist immer das Problem. Der Stolz war das Problem in Kapitel 2 im Südreich Judah. Der Stolz war das Problem hier in Kapitel 9 beim Nordreich Israel, dass der Stolz das Problem bei den Assyrern. Denn er sprach durch die Kraft, meine Hand habe ich es vollbracht und durch meine Weisheit, denn ich bin klug. Ich verrücke die Grenzen der Völker und ihre Vorräte plünder ich und stürze wie ein Starker die Thronenden herab. Meine Hand hat nach dem Reichtum der Völker gegriffen, wie nach einem Vogelnest und wie man verlassene Eier zusammenrafft. So habe ich die ganze Erde zusammengerafft und keiner war da, der mit den Vögeln schlug, den Schnabel aufsperrte und piepte. Tatsächlich haben die römischen, die assyrischen Könige ihre Gegner manchmal mit Vögeln verglichen. Der Sanerib sagt später über den Hiskier, dass er ihn wie einen Vogel im Käfig in Jerusalem gelassen hat. Also hier ist eine ganz realistische Beschreibung. Jeder, der mal assyrische Königsentschriften gelesen hat, der wird wissen, dass die Assyrer hier noch sehr freundlich behandelt werden. Sie haben sich gerühmt und überhoben, wie man es kaum in Worte fassen kann. Vers 15. Rühmt sich auch die Axt gegen den, der damit haut? Oder brüstet sich die Säge gegen den, der sie führt? Als ob der Stock den Schwänge, den aufhebt? Als ob die Rute den erhöbe, der kein Holz ist? Darum wird der Herrscher. Der Herr, der Herr stand unter die fetten Assyriens, die Schwindsucht senden und unter seinen Edeln einen Brand anzünden wie Feuersblut. Diese Assyrer werden selbst gerichtet werden. Und das Licht Israels wird zum Feuer werden und sein Heiliger zur Flamme. Die wird seine Dornen und Disteln an einem einzigen Tag verbrennen und verzehren. Und er wird die Herrlichkeit seines Waldes und seines Fruchtgartens mit Stumpf und Stiel ausrotten. Das sein wird, wie wenn ein Kranker dahin sieht. Und der Überrest der Bäume seines Waldes wird zu zählen sein, sodass ein Knabe sie aufschreiben kann. Mit anderen Worten, dem Volk Assyrien wird es sehr, sehr schlecht gehen. Übrigens werden in der Bibel öfter Bäume und auch Wald für große Nationen verwendet. Wir erinnern uns vielleicht auch an Daniel 4, wo der König Nebukadnezar, der ein ganz ähnliches Problem hatte mit der Selbstüberhebung, mit einem Baum verglichen wird, der abgehauen wird, dann allerdings natürlich wiederhergestellt wird, weil ein Wurzelstock übrig bleibt. Vers 20. Und es wird geschehen. An jedem Tag wird der Überrest Israels. Und das, was vom Haus Jakobs entkommen ist, sich nicht mehr auf den Stützen, der ihn schlägt. Also nicht mehr auf die Assyrer, die in Wirklichkeit nur geschadent haben, geschädigt haben. Sondern er wird sich in Wahrheit auf den Herrn verlassen, auf den heiligen Israels. Wer sind die Übrigen? Die Übrigen sind diejenigen, die sich nicht auf weltliche Politik, nicht auf Rosse und Streitwagen und Macht und Heer verlassen, sondern auf ihren Gott. Das ist der Überrest. Vers 21. Ein Überrest wird sich bekehren. Wörtlich steht hier im Hebräischen Schea Yashub. Das ist genau der Name des ersten Sohnes von Jesaja. Der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn dein Volk, o Israel, wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Überrest von ihm sich bekehren. Denn Vertilgung ist verschlossen, die ein Herr flutet in Gerechtigkeit. Und da hört man schon Daniel 9. Denn das, was hier typologisch zunächst einmal sich auf die Zeit der Assyrer und der Zeit von Jesaja bezieht, vollzieht sich dann in einem sehr viel größeren Sinne zur Zeit von Jesus als tatsächlich nur ein Überrest. Jesus annimmt und damit das geistliche Israel bildet. Paulus hat viel darüber zu sagen in Jesaja, in Römer 9, 10 und 11, wo er auch diese Verse nimmt und damit zeigt, dass nur ein Teil der Israeliten den Messias annehmen wird und dann das Evangelium als Christen weiterverbreiten werden, während andere verloren gehen. In dieser einherflutenden Gerechtigkeit, in dieser Vertilgung, die dann nicht durch die Assyrer stattfindet, sondern durch ihren antitypischen Gegenpart, sozusagen durch die Römer. Denn ein Vertilgen und zwar ein festbeschlossenes wird der Herrscher, der Herr, der Herrschern inmitten der ganzen Erde ausführen. Und das zeigt uns, dass das Ganze dann nochmal einen weiteren Anwendungsrahmen hat, nämlich in der Endzeit, wo auch Übrige auf Gott allein sich verlassen werden, sich nicht auf Politik, nicht auf den Staat verlassen werden. Wenn viele Christen sich an den Staat wenden werden und ihre eigenen Meinungen mit dem Staat durchsetzen werden, dann werden die Gläubigen als Übrige sich allein auf Gott verlassen. Und diejenigen, die sich an den Staat wenden werden, später vom Staat selbst wieder geschlagen werden. Die Offenbarung spricht ja interessanterweise genau von diesem Phänomen. in der Schlacht von Hamergetta und von dem Vertrocknen des Euphrates in Offenbarung 17, dass das Tier die Hure hassen wird. Aber die Übrigen werden erlöst werden und die Übrigen werden überleben. Und die Übrigen, die in Offenbarung 12, Vers 17 beschrieben werden, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu Christi haben, die werden zu Jesus halten und ihm nachfolgen, wohin er auch geht in Offenbarung 14. Das sind die, die auf dem Berg Zion stehen und mit Jesus sind und von ihm völlig verändert worden sind, sodass in ihrem Mund kein Falsch gefunden ist, die 144.000. Deshalb spricht der Herrscher, der Herr der Herrscher und du mein Volk, das in Zion wohnt, fürchte dich nicht vor Assyrien, das sich mit der Rute schlägt und seinen Stock gegen dich erhebt nach der Weise Ägyptens. Also so wie vor vielen Jahrhunderten, vor 700 Jahren zuvor, als die Israeliten in Ägypten in der Sklaverei gewesen waren. Denn nur noch eine ganz kleine Weile, so ist der Grimm vorüber. Und mein Zorn wendet sich zu ihrer Vernichtung. Ja, die Assyrer würden kommen, sie würden sogar bis nach Jerusalem kommen. Es würde ihnen das Wasser bis zum Hals stehen und viele würden verloren gehen. Aber die Übrigen, die sich wenden zu dem Herrn, die würden gerettet werden und die Assyrer würden schlussendlich vernichtet werden, was sich alles erfüllt hat in der Geschichte, wie wir noch sehen werden. Und der Herr, der Herrscher wird eine Geist über ihn schwingen, wie er Midian schlug am Felsenoreb und sein Stab wird über dem Meer sein. Und zwar wie er ihn einst gegen Ägypten erhob, damals als Mose seinen Stab erhob und das sich geöffnete Rote Meer wieder zusammenfloss und die ganzen Ägypter unter sich verbarg und begrub, die versucht hatten, die Israeliten nachzurennen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird seine Last von deinen Schultern weichen und sein Joch von deinem Hals. Ja, das Joch wird zersprengt werden wegen der Salbung. Die Übrigen werden frei sein. Sie werden erlöst werden von der Sklaverei wegen der Salbung. Und die hat zu tun mit dem Messias, mit dem Gesalbten. Er kommt und jetzt in den nächsten Versen wird das eine sehr dramatische, sehr realistische, fast wie Breaking News, fast wie Twitter-Nachrichten, die plötzlich so ganz schnell wie im Staccato-Stil als Telegramm, Telegrafen-Stil hier erklärt werden, wird beschrieben, wie die Assyrer Jerusalem angreifen werden. Das heißt hier, er kommt über Ayat, zieht durch Mikron. Bei Mishmas legt er sein Gerät nieder. Einige dieser Orte kann man heute noch identifizieren. Man sieht, wie es ungefähr so, naja, 18 Kilometer nördlich von Jerusalem beginnt und dann alle einzelnen Orte beschrieben werden, wo dann das Gerät abgelegt wird. Sie ziehen durch den Engpass. Da gibt es tatsächlich zwischen Mishmas und Geber so eine Schlucht, die dann die Assyrer aufsteigen würden. Geber sei unser Nachtquartier. Der nächste Ort ist Rama. Rama erzittert, das Gibea, Sauls flieht, schreie laute, Tochter Galim, horche auf, Leischer, elendes Anatot, Madmena flieht, die Bewohner Gibeums suchen Zuflucht. Man kann mit Händen greifen, welche Panik sich ausbreiten wird, wenn die Assyrer, diese gefürchteten Krieger, kommen würden und Ort für Ort erobern würden. Immer mehr ihr Blick auf Jerusalem gerichtet. Noch heute wird er sich in Nob aufstellen. Er wird seine Hand gegen den Berg der Tochter Zion schwingen, gegen die Höhe von Jerusalem. Hier wird es ganz deutlich, die Assyrer werden kommen, sie werden Jerusalem sehen, sie werden Jerusalem angreifen und es wird so aussehen, als ob Jerusalem fallen wird. Aber siehe, da haut der Herrscher, der Herr der Herrscher an die Äste herunter mit furchtbarer Gewalt. Die Hochgewachsenen, also die Assyrer werden abgehauen und die Erhabenen erniedrigt und er schlägt den dichten Wald mit dem Eisen nieder und der Libanon fällt durch einen Mächtigen. Wir werden noch sehen später in den späteren Kapiteln, dass wenn das kommen wird, der Herr seinen Engel senden wird und 185.000 assyrische Krieger gefürchtet in der ganzen Welt werden durch einen Engel vernichtet werden. Gott wird eingreifen, denn Immanuel, Gott ist mit uns. Lieber Freund, liebe Freundin, möchtest du diesen Jesus annehmen? Möchtest du ihn, der sowohl Mahaya Shalal Rashbas, nämlich Balkonplünderung, Rashraub, als auch Immanuel ist? Er, der uns deutlich gesagt hat, dass diese Welt zugrunde gehen wird und dass diese Probleme nicht gelöst werden, außer wenn wir uns zu Jesus wenden. Möchtest du dich zu ihm wenden? Möchtest du die Warnung ernst nehmen? Dass wir uns nicht mit weltlicher Politik und mit Allianzen und mit menschlichen Ideen versuchen zu retten, sondern dass wir uns allein auf den Herrn verlassen und dann wissen dürfen, selbst wenn uns das Wasser bis zum Hals geht, Immanuel, Gott ist mit uns. Er ist der Ewigvater, er ist der Friedefürst, er ist der wunderbare Ratgeber. Er möchte für dich und für mich der persönliche Heiland sein. Möchtest du diesen Jesus, der für uns geboren ist, Immanuel, als deinen König annehmen? Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass das Buch Jesaja zum einen uns mit vielen historischen Details zeigt, wie glaubwürdig dein Wort ist, aber vor allem, dass in all dem die Botschaft der Erlösung und die Botschaft von Jesus so klar hindurch scheint. Herr, wir möchten, dass Jesus für uns ein Heiligtum ist, ein Immanuel. Wir möchten, dass er in unserem Leben wirkt und wir danken dir, dass du ihn gesandt hast, als unseren Friedefürst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Damit verabschieden wir uns für heute. Nächste Woche werden wir uns die Kapitel 11 bis 15 anschauen. Das wird wieder sehr spannend werden. Bis dahin wünschen wir euch bis zum nächsten Mal.